Grüß Gott und Jesses, meine Jesus-Marien-Empfängnis-Verhütungs-Leute. Ich bin ewig nicht mehr im Spiel gewesen. Die letzte Woche war der abartigame Termin, dass ich eigentlich davon zehren musste, von dem, was ich denn so vorbereitet habe. Und deswegen bin ich an dieser Stelle sowas von draußen. Aber damit wir wieder reinkommen, habe ich mein Inventar ein bisschen in die falsche Richtung zugeklatscht. Lyon, einmal wieder hier rein, bitte. Deswegen, hadert bitte nicht mit... Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ich bin irgendwie total in der falschen Richtung gerade unterwegs. Aber wohl nicht ganz. Wir wollen noch mal hier in den Zahnradraum. Und da hat sie schwarz ihr Zahn. Ah, so eine Schönheit. Welch ein beruhigender Anblick. Es scheint, als hätten auch diese Dageräte geliebt. Ja, ja. Ja, das haben sie ganz sicher. Pr-Prinz. Seht, der Professor und ich haben es in Gang gesetzt. Das ist ein unglaubliches Gerät. Es ist Jahrhunderte alt, aber es musste nur ein wenig ausgebessert werden, um wieder zu laufen. Und da ist noch mehr. But wait, there's more. Haben wir jetzt einen Riesentransformer? Pr-Prinz kommt hier entlang. Schnell! Schnell! Wo? Dieses tägliche Gerät transportiert Leute nach oben und unten. Das Gerät im Innern des Raumes treibt dieses Gerät hier an. Man muss keine Treppen mehr steigen. Jetzt kann man auch belieben im Schloss rauf und runter gehen. Wunderbar! Nicht? Das konnte ich auch schon vorher. Man kann immer noch viel über die Vorrichtung lernen. Ja, ich muss hierbleiben und weiter forschen. Ja, ja. So rennt denn, es ist Zeit zu gehen. Ja, ja, Professor. Okay. Oh, er kann sich durch Türen teleportieren. Verzeiht uns, guter Prinz. Er hat auch irgend so ein Beam-Gerät erfunden. Ich weiß, dass Professor Babasch viele Wünsche hat, aber ich bin sicher, er wird eine große Hilfe sein. Also erlaubt ihm bitte, seine Forschung fortzusetzen. Ähm, du könntest auch hierbleiben. Freundschaft! Yay! Fernbeziehungsfreundschaft mit Babasch bekommen. Und er hat mehr Dioptrien als Pierre. So, damit wäre das auch abgestiftet. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, wir haben ja immer noch ein Problem, weil die Sagiri nicht wieder zurückkommen wollte in meine Truppe. Und die Oberoleute... Oh, es ist zumindest jetzt jemand da. Vielen Dank, Prinz, dass ihr mir so ein wunderbares Zimmer zur Verfügung stellt. Äh, dem Rest würde ich ja auch ein wunderbares Zimmer... Wie bitte? Ob ich über den Detektiv und Sagiri und Shigure Bescheid wusste? Ja, natürlich wusste ich das. Ich stamme nur aus einer normalen Kaufmannsfamilie. Da fällt mir sehr schwer, mir so etwas auch nur vorzustellen. Ich habe dem Detektiv gesagt, dass ich möchte, dass Sagiri und Shigure ein normales Leben führen können. Oh, ist sie nicht nett. Ähm, der Detektiv und die anderen, die sind geschäftlich unterwegs. Lucretia hatte einen Auftrag für sie. Sie sagten irgendwas von Vorbereitung in Dorat. Scheiße. Diese verdammte Lucretia, da muss ich mal auf die Finger hauen. Natürlich gucken wir, weil sie aus den falschen Fingernägel dabei nicht abfallen. Aber das kann nicht wahr sein. Ich will Sagiri liebkosen, umgarnen und liebhaben, damit sie meine Feinde besonders lieb hat. Und was passiert? Nichts. Oh, hi, Nick hier. Äh, wo ist eigentlich Shun Min oder wie die Dame hieß? Ah, Prinz, danke euch besitze ich nun dieses wunderbare Restaurant. Die Sachen mit dem mythischen Fisch habe ich noch nicht aufgegeben, aber solange ich hier bin, gebe ich mein Bestes. Äh, ich habe auch mein Bestes für dich. Willkommen. Äh, ich bitte um Verzeihung, Prinz. Ich wünschte, ich könnte euch etwas kochen, aber mir fehlen einige Zutaten. Ich, ich habe was dabei. Willkommen. Ich bitte um eine Zut- Wo muss ich die Zutaten abgeben? Bestimmt nicht in deinen Magen, Frau. Flur zum Sonderermittler? Was war das? Ähm, ach so, zum Sonderzimmer. Dann gucken wir mal, was dieses Sonderzimmer denn so sein könnte. Da will ich jetzt mal reingucken. Aber ich glaube, das ist nur dieser Verbindungsgang, oder? Das ist der Knast. Flur zum Turm? Äh, ich bin wieder, äh, was sollt ihr die, blablabla, ich habe keine Ahnung, was ich gerade sage. Okay. Also, das Sonderzimmer ist ein Knast, offensichtlich. Vielleicht können wir dort Kili irgendwann mal reinstecken, weil den haben wir ja auch im Knast irgendwie mal kennengelernt. Ich habe, ich zumindest dachte ich, dass ich ein paar Zutaten dabei habe, aber vielleicht habe ich doch noch keine Zutaten dabei, um sie dir irgendwie in die Hand zu drücken. Doch, bevor wir uns jetzt hier mal gucken, ist das, nein, das ist irgendwie ein Raum, der irgendwo anders hinführt. Ah, der führt hier hin. Jetzt muss ich mal gucken. Es gab hier noch irgendwo, zu viele Räume. Irgendwo gab es noch die Bibliothek. Okay, das ist schon wieder der Raum. Ja, aber warum hast du mir nicht gesagt, dass das draußen nach draußen geht? So, das ist die Karte. Das ist der Admiral Ding Dong. Das ist die Bibliothek. Wundervoll. Haben wir es doch noch gefunden. Hi, Alakazam. Ähm. Ah, das Buch, das ich mir gebracht habe, ist genau das, was ich wollte. Altes Buch 1 übergeben. Altes Buch 2 übergeben. 5, weil 3 und 4 haben wir nicht. 7 und 6 fehlt auch noch. Und 8. Und was? Oh Gott. Äh, die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang war nur Dunkelheit. Und niemand konnte was sehen. Auf Ende. Für eine lange, lange Zeit herrschte die Dunkelheit ganz allein in völliger Einsamkeit. Aus Kummer und Verzweiflung vergoss die Dunkelheit eine Träne. Aus der Träne wurden zwei Brüder geboren. Schwert und Schild. Schwert sagte, er könne durch alles schneiden, was existiert. Schild sagte, nichts könne ihn durchdringen. So kam es zu einem Kampf, einem wahrlich schlimmen Kampf, der 7 Tage und 7 Nächte währte. Am Ende zerbrach Schwert Schild. Und Schild zerschlug Schwert. Bruchstücke von Schwert regneten herab und bildeten den Himmel. Bruchstücke von Schild regneten herab und bildeten die Erde. Aus den Funken entstanden die Sterne. Die 27 Juwelen, die Schild, Pferd und Schild schmücken, wurden die 27 wahren Runen. Das war der andere in der Welt, wie wir sie kennen. Die Sonnenrune und die Nachtrune. Vor langer, langer Zeit kamen die Sonnenrune und die Nachtrune in die Welt eng miteinander verbunden. Zwischen ihnen war ein starkes Band, der eine über das Licht gebot, während die andere die Dunkelheit beherrschte. Doch bald ärgerte sich die Nachtrune über den strahlenden Glanz der Sonnenrune. Eines Tages hielt es die Sonnen-Nachtrune nicht mehr aus. Es verwandelte sich in ein Schwert, durchtrennte das Band zur Sonnenrune und ging allein ihrer Wege. Aus den zurückgelassenen Überresten des Bandes wurden die Morgenrotrune und die Zwielichtrune geboren. Seit die Sonnenrune ihre andere Hälfte verloren hatte, blieben der Legende nach diese beiden neuen Runen als treue Wächter an ihrer Seite. Hm, der Machtkampf der königlichen Familie. Eine Tragödie begann unter der Herrschaft der Königin Olazeta in den spätigen 210er Jahren der neuen Zeitrechnung. Prinzessin Falzrahm, die zweite in der Thronfolge, versuchte den Senat für sich zu gewinnen. Sie wollte ihre Schwester Prinzessin Shareba dazu bewegen, auf den Thron zu verzichten, um ihn für sich selbst zu veranspuchen. Gerüchten zufolge war die Familie der Burrows die treibende Kraft hinter diesem Ränkespiel, da eines ihrer Mitglieder mit Prinzessin Falzrahm verheiratet war. Da die Ehemänner von Königin Olazeta und Prinzessin Shareba aus der Familie der Gottholds stammten, fürchteten die Burrows, ihren Einfluss im Senat und in der königlichen Familie zu verlieren. Daher versuchten sie, die Prinzessin Falzrahm dazu zu benutzen, sich das Recht auf die Thronfolge zu verschaffen. Man weiß nicht, ob alle oder nur eine dieser Gerüchte um die Familie der Burrows der Wahrheit entsprechen. Doch ungeachtet der Bestrebungen der Burrows hatte offensichtlich auch Prinzessin Falzrahm selbst Ambitionen auf den Thron. Schnell entwickelte sich Feindschaft zwischen den Gotthrins und den Burrows, mit die einer der beiden Prinzessinnen auf ihrer Seite. Sogar die Adligen, die jede Familie unterstützt, wurden in die Sache verwickelt. Königin Olazeta, einst bekannt für ihren Scharfsinn und ihre Entschlossenheit, wurde langsam alt und hatte nicht mehr die Kraft, die Lage zu klären. Offiziell wurde kein Militär eingesetzt, doch es herrschte ein kalter Krieg zwischen den Familien. Dabei kam jede erdenkliche Form der Täuschung und Hinterlist zum Einsatz. Und der Höhepunkt dieses schwelenden Konfliktes waren wohl die heiligen Spiele für Prinzessin Arsstaat. Eigentlich war Prinzessin Char-Re-Vars Tochter Haswar älter als Arsstaat und hatte demnach in der Thronfolge einen höheren Rang. Trotzdem überredeten Prinzessin Falzrahm und Lord Barrows Königin Olazeta die heiligen Spiele für ihre älteste Tochter Arsstaat vor Haswas heiligen Spielen abzuhalten. Natürlich wollte Prinzessin Falzrahm mit dieser Strategie eigentlich zum Ausdruck bringen, dass sie selbst die erste Anwärterin auf dem Thron sei. Doch erstaunlicherweise war es ein barbarischer Schwertkämpfer aus einem fremden Land, der in diesen heiligen Spielen Prinzessin Arsstaats Hand gewann. Wenn entweder die Barrows oder die Godwins gewonnen hätten, wären Kämpfe unvermeidlich gewesen. Dieser Ausgang führte ironischerweise zu einer Entspannung des feindseligen Verhältnisses zwischen beiden Familien. Aber der Frieden hielt nur bis zum Jahr 226, in dem Königin Olazeta starb. Da der Thron nun frei war, brach der Konflikt noch vor dem Ablauf der offiziellen Trauerzeit für die Königin erneut aus. Die Feindschaft entlud sich augenblicklich in einem blutigen Kampf. Und in diesem Kampf war der Einfluss des ruchlosen dunklen Tors die Ursache für das meiste Blutvergießen. Das dunkle Tor stand normalerweise unter dem direkten Befehl der Königin, doch der Thron war ja in dieser Zeit nicht besetzt. So kämpfte das dunkle Tor auf beiden Seiten und mordete sowohl für Prinzessin Shareva als auch für Prinzessin Falzrahm. Das wichtigste Ziel des dunklen Tors war es, an der Macht zu bleiben, egal wer am Ende den Thron bestieg. Dies führte letztendlich zu einem Blutvergießen, wie es im Sonnenpalast noch nie dagewesen war. Der Erbfolgekrieg hatte zahllose Opfer. Sowohl die Godwins als auch die Barrows hatten viele Tote zu beklagen. Am Ende wurden sogar die Ehemänner der beiden Prinzessinnen ermordet. Prinzessin Shareva wollte weiteres Blutvergießen vermeiden. Da sie ohnehin nicht so kämpferisch war, überließ sie schließlich den Thron ihrer jüngeren Schwester. Aber Prinzessin Falzrahm misstraute allem und je. Sie glaubte sogar, diese noble Geste von Prinzessin Shareva könnte ein Trick sein. Also beauftragte sie das dunkle Tor mit der Ermordung ihrer älteren Schwester. Nachdem sie endlich den Thron bestiegen hatte, starb Königin Falzrahm nur zwei Jahre später an einer Krankheit. Nach all dem Blutvergießen war dieses Ende eher undramatisch. Die Jahre der internen Konflikte und Intrigen hinterließen tiefe Narben im Reich Falena. Sie wurden weder leicht noch schnell verheilen. Doch die Prinzessinnen Ashtar, Sialitz und Haswar sind entschlossen, die Fehler ihrer Mütter nie zu wiederholen. Viele haben das Gefühl, dass dies die Rettung des Königinnenreiches sein wird. Holy Shit, das war eine lange Geschichte. Die Kunst der Duelle, Mann gegen Mann. Wenn sich dein Gegner verteilt, dich kannst du ihn nur mit einem Angriff verwunden. Ein einziger Angriff wird nicht viel ausrichten, aber ein Sperrfeuer wird dich bestimmt zum Siege führen. Wenn ein Gegner angreift, ist er gleichzeitig verwundbar. Das ist die perfekte Gelegenheit, ihn mit deiner Spezialbewegung zu treffen. Wenn dein Gegner zu einer Spezialbewegung einsetzt, ist es wichtig, dass du ruhig bleibst und eine defensive Verteidigungshaltung einnimmst. Du kannst die Bewegung deines Gegners abwehren und einen Gegenangriff starten. Noch wichtiger ist die Fähigkeit zu erkennen, was der Gegner vorhat und dann schnell zu reagieren. Ohne Entschiedenheit wirst du nicht gewinnen. Manchmal werden du und dein Gegner gleichzeitig angreifen und in einer Blockierung enden. In dieser Situation kannst du nur stärker die Oberhand gewinnen. Sei aggressiv! Ach ja, noch eine Sache. Wenn ein Gegner fällt, kann er dich noch mit einem letzten Gegenangriff treffen. Musst du fort reagieren können. Wenn du dabei einen Fehler machst, fällst du durch deinen Gegner. Das ist alles. Mögest du immer der Sieger sein. Okay, das war also die In-Game-Anleitung für diese komischen One-Gegen-One-Mortal-Combat-Duelle. Aber diesen letzten Aspekt, dieses, der Gegner, wenn er fällt, kann doch irgendwie so einen Desperation-Attack-Modus verfallen. Haben wir noch nicht gehabt, glaube ich. Krieg, alles über Militäreinheiten. Die Infanterie rückt zu Fuß vor und verteidigt sich mit Schildern und schwerer Rüstung gegen Pfeile. Diese Einheit ist relativ wenig beweglich. Die Cavalier kann ihr Schaden zufügen. Mit ihrer hohen Mobilität kann die Cavalier die Infanterie überrollen, aber aufgrund ihrer dünnen Rüstung können Borgenschützen der Cavalier Schaden zufügen. Borgenschützen können gut gegen die leicht gepanzerte Cavalier eingesetzt werden, jedoch sind ihre Angriffe nutzlos gegen die Infanterie, die Pfeile hervorragend abwehren kann. Kampfschiffe transportieren die Infanterie, die auf gegnerische Kampfschiffe übersteigen und kämpfen sollen. Aber da die Soldaten an Deck werdenlos sind, sind Kampfschiffe durch Angriffe von Borgenschützen gefährdet. Zum Rahmen eingesetzte Schiffe werden als Rammschiffe bezeichnet. Mit ihrer starken Panzerung können Borgenschützen ihnen nichts anhaben, aber aufgrund kleiner Besatzung sind die Kampfschiffe gegenüber im Nachteil. Auf Borgenschützen-Schiffe sind viele Borgenschützen an Deck. Ihre Spezialität sind Angriffe aus großer Entfernung. Sie sind gegenüber Kampfschiffen im Vorteil, aber wehrlos gegen Rammschiffe. In den Namen einiger Borgenschützeneinheiten oder Borgenschützen-Schiffen finden sich das Wort Rune. Sie können mächtige magische Angriffe ausführen und sollten daher, wenn möglich, eingesetzt werden. Denke jedoch daran, dass immer nur eine begrenzte Anfrage dieser Angriffe möglich ist. Die Stärken und Schwächeren in der Reihe enthängen von dem Geschick ihres Kommandanten ab. Sicher musst du viel üben, um eine tolle Einheit auf die Füße zu stellen. Meine Fresse. Krieg! Alles über Taktik! Der Kommandant einer Armee muss mehr können, als zu Schlachten gewinnen. Im Idealfall hält er sich nicht nur einen Schaden für seine Truppe möglichst gering, sondern er erreicht auch einen schnellen Sieg. Erstens stoße schnell vor. Je schneller ein Krieg beendet wird, desto besser. Weniger Menschen müssen sterben und viele Vorteile können eingeheimst werden. Locke den Gegner, zu zweitens abseits. Wenn die Zerstörung der gesamten Armee des Gegners ein Ziel ist, eliminiere erst die Einheit im Umfeld der Hauptstreikkraft. Locke möglichst viele Einheiten vom Hauptweg weg und vernichte sie dann im Einzelnen. Drittens. Verfolge den Gegner nicht zu weit. Wenn du dich zu weit in ein gefeindliches Gebiet vorwachst, könnten dich Einheiten der Gegner umzingeln. Du kommst vielleicht nicht zurück. Jede Einheit, die haben stark, wird angesichts seiner Übermacht wahrscheinlich ausgelöscht. Viertens vernichte die gegnerische Einheit im Ganzen. Wenn der Gegner ist im Einsatzbesitz manchmal, wertvolle Ausrüstung und Items. Daran zu kommen, musst du die ganze Einheit vernichten. Diese Kriegsbeute kann dir in späteren Kämpfen helfen. Weiß ich, tue ich. Geheimnis sind es On-Deals. Kaufe günstig, verkaufe teuer. Das ist das grundlegende Prinzip bei dem Handel. Tut das Gegenteil und du bist raus aus dem Geschäft. Wer dieses wichtige Prinzip nicht versteht, wird kein guter Geschäftsmann. Zweitens bleibe in Bewegung. Die Preise für Handelsitems sind von der Stadt zu Stadt verschieden. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hör auf die Gerüchte. Du kannst dem Tratsch glauben, der in die Handelsposte erzählt wird. Wenn sich die Preise der Items dramatisch ändern, ist die Chance, dein Profit zu machen. Halte die Ohren auf. Bau auf deine Erfolge auf. Wenn dein Handelsrevolumen steigt, darfst du auch mit gewinnbringenden Items handeln. Auch wenn deine Gewinnspanne anfangs noch nicht so hoch ist, bleib dran und verkauf die Dinge des täglichen Bedarfs. Deine Bemühungen werden sich ganz lieb schon eines Tages lohnen. Wenn du nur um die ersten Schritte zum erfolgreichsten Händler getan hast, möchte ich dir noch erfolgende Worte mit auf den Weg geben. Äh, der gute Händler freut sich nicht zu sehr über einen Gewinn zu, ärgert sich nicht zu sehr über einen Verlust. So, auf Wiedersehen. Das waren die Geheimnisse des Handels und das war viel zu viel Vorleserei. Aber das wusste ich nicht, was das jetzt so passieren mag. Deswegen kehren wir jetzt zurück in den Standard-Chunkera... Ne, Quatsch. Doch, dies auch, dies auch. Aber wir haben noch mehr zu tun. So, werde, ich werde, Entschuldigung, ich werde diese Folgen versuchen, einen Teil, was hier neu ist, äh, hmm, hmm, komm, pack mal Sire-Leads einfach aus. Äh, einen Teil, der hier jetzt neu ist. Ach Gott, wie hieß der noch gleich? So, genau, den brauche ich jetzt in meiner Gruppe. Ah, da ist er ja. So. Bla, 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 komm mit. Aber zuerst... So, ähm, ich versuche, äh, so einen Teil quasi hier, was ist neu im Schloss, was kann man hier lesen und so was, was kann man noch mitnehmen. Äh, das werde ich versuchen einzubinden in die heutige und die nächste und vielleicht auch die übernächste Folge. Und gleichzeitig so ein kleines bisschen an Charakter-Rekrutierungsprogression zu machen, die jetzt auch mal wieder ansteht, weil wir haben ordentlich was zu rekrutieren. Also, es ist enorm, was jetzt hier, nachdem wir wirklich viel Platz haben, hier noch irgendwie reinkommen möchte. So, ich rede nochmal mit Gösch. Hey, Prinz, wir sollten hier ein Gemüsebeet anlegen. Dieses Schloss könnte ein wenig Grün vertragen. Oh, damals in Lord Lake habe ich Gemüse angebaut. Aber als das vor zwei Jahren alles verdorrt ist, hat es mir gereicht. So, kein Grund zur Sorge. Ich bin auf euch, äh, ich bin auf euch oder die Könige nicht mehr böse. Ich werde hier mal richtig Hand anlegen. Wenn ihr mir etwas Saatgut oder Setzlinge bringt, das lege ich sofort los. Deswegen habe ich alle meinen Saatguten, all meine Setzlinge. Oh, ihr habt eine Pflanze für mich. Ich werde sie sofort einpflanzen. Mitgebracht. Eine Tomatenpflanze, eine Zügelpflanze und eine Kartoffelpflanze. Tomatenpflanze, aktuelle Anbau. So, ich habe gedacht, das ist Beton hier. Aber offensichtlich ist es, äh, tolles Zeug. So, das war jetzt erstmal das, was ich hier nicht machen wollte. Das, was ich hier machen wollte. So Zeugs, was ich im Inventate noch irgendwie an den Mann, an die Frau oder was auch immer geben. Und jetzt werde ich mich nach Es-Trees teleportieren. Und dann sehen wir uns gleich in Es-Trees wieder. Bis gleich, meine Schnuckiputzis. So, da sind wir auch schon in Es-Trees. Und wir wollen mal gucken gehen, ob sich jetzt irgendwelche fiese Leute in die leerstehende Wohnung von Dr. Barbarasch irgendwie eingenistet haben. Beziehungsweise in seiner Werkstatt. Dort wohnt er aber wahrscheinlich auch. Tatsächlich, das ist jemand da. Lou, was ist los? Deswegen ist Sorenson dabei. Ach, was soll ich nur tun? Ich habe das Teil verloren. Ein Teil? Himmel. Lou, mach dir keine Sorgen darum. Es gibt tausend Teile hier und ganz nebenbei. Was? Das Teil? Das Teil aus der Drehbrücke? Natürlich, Blödmann. Warum sollte ich sonst so schlecht drauf sein? Schrecklich, der Professor muss einen ganzen Monat daran arbeiten, um es neu herzustellen. Ich weiß, es muss ja irgendwo sein, aber es versteckt sich vor mir. Das wäre nicht passiert, wenn du ein bisschen besser aufräumen würdest. Aber das passt nicht zu mir. Ich kann nichts dafür, so bin ich eben. Ich helfe dir beim Suchen? Viel Glück meiner Suche. Ich helfe dir beim Suchen. Was? Wirklich? Wahnsinn, Prinz, danke. Du musst nur alle Ecken und Winkel in diesem Raum absuchen. Ich weiß genau, dass es hier irgendwo ist. Ähm, ich weiß genau, wo es ist. Ich habe dafür so eine kleine Technik. Moment, da liegt doch was. Ein großes Teil. Da ist es doch. Prinz, hast du es gefunden? Bestimmt ist es das. Das war genau riesengro... Moment. Jo, das ist dieses Riesenteil. Da ist es. Da ist das richtige Teil. Oh, danke. Vielen Dank. Ich liebe dich, Prinz. Du bist der Beste. Ich weiß, als Dank tritt dich der Product-Pandil-Rekwami bei. Und da sind sie dann auch schon, der Geräteprofessor und der Assistent Nummer 1. Ich darf noch beitreten, oder? Freundschaft! Na klar, Fronheim. Oh, ja. Bring mich zu deinem Schloss, Prinz. Äh, du darfst auch gerne alleine zum Schloss gehen. In... Na gut, in Ordnung. Ich habe noch Platz frei in der Gruppe, dann nehme ich sie mit und packe mir Watte in die Ohren für... Oh Gott, sie ist ja Stufe 5. Aber sie ist ja 5 Stufen alt. Wie soll sie das überleben? Nun denn, wir haben wieder was Neues dazu. Das ging ja flott und schnell und toll. Und... Hm. Hm. Eigentlich wollte ich ja noch irgendwelche Zeitungsartikel lesen heute. Aber da ich, ja, die Bücher alle durchgelesen habe, verschiebe ich das dann glaube ich doch noch irgendwie auf die nächste Folge. Dann kann ich noch etwas anderes probieren zu erledigen. Und dazu teleportieren wir uns. Ach ja, stimmt. Teleportieren wir uns mit dem wichtigen Item zurück zum Schloss der Pampil-Lort-Pampil-Riku-Armee. Und werden die Party noch mal ein klitzekleines bisschen neu aufstellen. Deswegen frage ich mich, weswegen ich mir überhaupt die... Ähm, wie heißt es? Die Mühe gemacht habe, meine Party mal gescheit aufzustellen, liebe Lusarina. Ja? Also. Ähm. Natürlich die Frage, wer, wer, wie, wo, was. Ähm. Gut. Ich packe, oh Gott. Wo sind die M's? Die M und M's. Maroon nehme ich mit. Genau. Biber Nummer 1. Ja, ich bin ja bei. Das ist doch toll. Und den anderen Biber auch. Maroon. Nehmen wir Maroon. Sonst hatten wir, glaube ich, noch keine Biber, oder? Außer Fualu, 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 oder wie der hieß. Ist der aber der Gruppe dabei getreten damals noch? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Sonst würde der wahrscheinlich hier stehen. Aber das steht er nicht. Okay, dann wird es Maroon sein. Jawohl, ich bin ja bei. So, gut, 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 gut. Eine gute Reise. Wir werden jetzt, ich hoffe, dass das soweit ausreichenderweise ist, ähm, weil ich das noch nicht, fuck, noch nicht ausprobiert habe, nach Yashuna geben. Vielleicht erinnert euch dran, dieses tolle, idyllische Dorf, was jetzt Probleme hat mit dem ganzen Tourismuskrams, weil die, die heißen Quellen am Versiegen sind. Und das ist ja doof, weil es gibt irgendwie noch, irgendwann soll es ja noch Badeszenen in diesem Spiel geben. mit meinen weiblichen Hauptrollencharakteren. Aber, was ist das Gasthaus zur Quelle? Ich glaube, das war es nett. Jetzt muss ich aber erst mal gucken. Also, wir gehen erst, ich glaube, das war hier wieder, dieses Etablissement, äh. Ja, genau, das Gasthaus der drei Farben. Ich glaube, hier war auch der Typ, der uns das Buch gegeben hat, das erste, der verkleidet war als Euron. Oh, noch ein Geist? Tut mir leid, es gibt kein heißes Wasser. Wir haben heute geschlossen. Oh, no. Oh, no. Schwester. Oh, Moroon. Ich habe meinen Schwesterlein noch nie so bekümmert gesehen. Was? Bekümmert? Was? Schwesterlein? Ah, bekümmert. Wir steigen drauf an. Ja, ich sehe das doch. Meine Schwester liebt Bäder und ihre geliebte heiße Quelle ist nicht in Ordnung. Natürlich hat sie Kummer. Dem Wasser der heißen Quellen kommt aus dem Untergrund. Vielleicht stimmt mit der Quelle was nicht, oder? Es wird von allein in Ordnung kommen. Ja, bestimmt nicht. Wir gehen mal nachsehen. Was? Seid ihr sicher? Vielen Dank. Danke, danke. Also, wo kommt denn das Quellwasser normalerweise her? Diese Tür führt da hin. Gut, gehen wir. Mirroon ist dabei geträgt. Ich glaube, das ist die neue, oder? Komm mal, meine Entourage. Das sind die Leute, die nicht am Kampf teilnehmen. Welche Tür ist das? Die Tür? Nein, nicht eine dieser Türen. Äh, eine dieser Türen hier. Oder diese Tür? Oder? Da, diese Tür. Wunderbar. Wir haben es geschafft, die Tür zu finden, die in den Hinterhof führt. Okay. Dann, guck. Wir hätten da irgendwie einer der Zwerge mitnehmen sollen, zum Buddeln. Was bist du denn? Bist du, bist du ein Affe? Bist du Affe? Klappe zu, Affe tot. Das sind Affen, oder? Okay. Ah, hier wird das Wasser gefördert, weil dort Goldstaub drin ist. Oh, es passiert etwas. Da, von da kommt unser heißes Wasser. Tatsächlich, kein einziger Tropfen Wasser. Genau wie ich erwartet habe. Das müssen wir uns genauer anschauen. Scheint, als müssten wir unsere Nachforschung unterirdisch fortsetzen. Uh, ich hoffe, das geht gut. Unterirdisch ist ja meistens schlecht. Wir hätten wirklich Zwerge mitnehmen sollen. Oh, Vicky. Gut, dass du dabei bist. Oh, hier gibt es sogar Fackeln. Fall mal an. Äh, okay, da ist eine Treppe, die nach oben führt. Ansonsten scheint hier sonst noch nichts an Geheimnissen hier im Verborgenen zu halten. Es geht zielstrebig... Wie? Was ist das für ein Dampf? Oh, das ist Deo. Oh, ist das heißes Wasser? Hey, du da, bleib lieber stehen. Was ist hier passiert? Nun, ein kleiner Unfall, könnte man sagen. Wir haben gegraben, um einen Tunnel zu erweitern und haben dabei die Ader für die heißen Quellen durchbrochen. Was? Aha, deshalb ist die Wasserzufuhr unterbrochen. Oh, du meine Güte. Wie heißt das, ihr seid vom Gasthaus zur Quelle in Yashuna? Oh, ja, ich hörte von dem Bibel, der für das Gasthaus arbeitet. Es tut uns schrecklich leid, das wollten wir nicht. Welche nehmt unsere Entschuldigung an? Wir schwören bei unserer Ehre, die heißen Quellen zu reparieren. Aber nicht jetzt sofort, einverstanden? Wie lange würde es denn dauern? Gute Frage. Wir haben da ganz schön was angerichtet. Ich würde sagen, länger als einen Monat. Ich verstehe. Böse? Was sollen wir tun, Schwester? Also, ähm... Schwester, guck nicht so böse. Sie guckt blind. Böse? Für mich sieht die nicht böse aus. Ich weiß, Schwester, komm zum Schloss Morgenrot. Ich werde dir dort ein Bad bauen und es wird deine Arbeit sein, es zu betreuen. Das geht doch in Ordnung, oder, Prinz? Sie ist uns herzlich willkommen. Wir könnten ein Bad gebrauchen, aber... Nix, aber wir können ein Bad gebrauchen. Vielen Dank. Haben wir ein Glück, nicht wahr, Schwesterlein? Oh, hier ist sie so knuffig. Vielen Dank, ich werde mein Bestes tun. Freundschaft! Rune number five ist dabei. Puh, meine Schwester lächelt wieder, ich bin so froh. Sie hat nur ihre Zähne anders angewinkelt. Die hat doch ganz zur Zeit gelächelt, oder? Na klar! Okay, die Zeitzwerge, die sind schon auch was Besonderes. Das sind so Stammtisch-Zwerge, glaube ich. Sonst, irgendwas hier, was wir irgendwie mitnehmen können? Irgendwas nettes, irgendwie ein Schatz? Na gut. Da haben wir Frau Biber, ist ein Schatz. Oh, hier gibt es sogar Kämpfe. Was haben wir denn hier in den Eingewaltungen? Oh mein Gott, das ist der weibliche Kefka! Ähm, okay, du tötest, Brandlatt Randlott, Narikawa. Ist das, das kann man das dekutieren tun, oder nicht? Oder kann man das essen? Äh, wir machen einen Gemeinschaftsangriff auf dich, Mrs. Vicki. er kommt sieben monatsch anfangs reichen ist das so grünschen hat die apparaten schaden 0,4 für alle feine und bernadette hat die wasserflutruhne blockiert alle magieanwendungen ein macht ein verbinden ein verbinden wieder vollständig gesund bringt ein verbinden eisodem eisodem hört sich gut das war mächtig damals guck mir mal ob unsere beiden hauptbrügel drauf habe ich zeige auf dich plus plus was parade die halten was aus gut dass der richard so gut und alles könnt ihr mal was töten das wird toll wenn ihr nicht so viele lebenspunkte wow die bündelung der markt des feuers versenkt die künstliche sonne die sonne die sonne tut weh wir sterben viel zu langsamer 2 ok hoffen wir mal wir haben gewonnen gewonnen ich habe das gefühl ich bin hier ein bisschen zu früh hingelaufen bei den ganzen level abstehe ich gerade kriege ok sorason zählt nicht aber ich hätte bei sorason tatsächlich ein bisschen mehr erwartet gut hoffen wir mal dass wir hier noch lebend rauskommen aus dieser höhle auch gerade so bist du ein crap man nein ich bin doch nicht abwertig depp an so schweig ein königs dings gemeinschaftsangriff auf das ist königsmantik ok ich glaube da ich jetzt nicht allzu viel weg hier durchlaufen muss probieren wir das mal so du kannst hier gut heilen also bernadette soll mit die beste heilung heilerin sein was war das hier blockiert alle machen das glaube ich nix ok lieber mal eine gruppenheilung haben wir weiß was dieses was was krabbe hier macht wow kann eigentlich mit einer wunde auch da mehrfach der fall bestehen oder ist das gar nicht der fall ja gut zum lücken ok eisenfäuste feuersiegelstück und krabbe und 21.000 das hier kann man glaube ich gut geld machen was auch zwingend notwendig ist nachdem meine geldbeutel so gebeutelt sind oder entbeutelt sind also leer sind nicht viel mit rumschleppen ich muss sondern jetzt hier wieder feine tolle erholsame musik ist wie aus dem china restaurant glaube ich mal dass mich jetzt hier keine wilden chinesen ihre essensvorräte dann angreifen werden gut ich bin mal so frei und denke mir dabei ich teleportiere mich zurück und für diejenigen die sich nicht für die zeitungsartikel interessieren da habe ich dann jetzt schon verabschieden ansonsten der rest darf gerne dabei bleiben weil ich jetzt noch den einen oder anderen dann doch noch vorlesen werde weil ich denke das ist ein ganz tolles ding aber zum abschluss einer folge dann noch deswegen sehen wir uns eventuell dann jetzt gleich noch im schloss morgenrot wieder bis gleich da bin ich auch schon oder auch nicht wozu teufel war jetzt noch mal das dinge aha ich habe es dann doch noch geschafft so wir hatten aber eins also 012 in der ich glaube bei fünf wären wir jetzt oder gucken wir mal rein wohl in feindes hand gefallen parallel zum angriff auf bieberburg erstürmte die armee der gotwins rainbow übernahm den ungrößten widerstand die kontrolle da lord barrows sich einst mit armes verschworen hatte um verlehne aufzuteilen hatte die stadtbevölkerung nur wenig mitleid für ihn übrig für viele war es eine gerechte strafe oh das war mal kurz lyon kanzelt banditenprinzen ab wie zu erfahren war liest lyon die für ihr sanftes wesen bekannte leibwache des prinzen bei der ergreifung des banditenprinzen ihrer wut auf rei der sich als seine hoheit ausgegeben hatte freien lauf lyon macht ihm offenbar unverständlich klar dass er seine taten bereuen müsse es wird gemunkelt dass diese aussprache mit lyon der grund dafür war dass roi seine karriere als bandit aufgab angeblich brachte roi das fast zum überlaufen weil er lyon hartnäckig süße und seine kündliche hoheit feigling nannte versuche interviews mit den beteiligten zu führen waren leider nicht erfolgreich bitte keine fragen zu diesem thema es ist sehr unangenehm so lyon zeigte sich noch weniger entgegenkommend er schnaubte nur und brummte im weggehen so etwas wie bescheuerte presse ok das ist das einzige mal dass lyon derartlich aus der haut wert was porträt der gegner salom barrows diese folge beschäftigt sich mit dem taten von salom barrows dem skrupellosen oberhaupt der familie barrows beim fall von rainwald war not barrows gezwungen sich den gotwins einen langjährigen feinden zu ergeben die öffentlichkeit seiner ständigen selbstsüchtigen schachzüge müde zeigte jedoch kein mitgefühl immerhin war es lord barrows der prinzessin pfalzrahm anstiftete den thron zu beanspruchen obwohl sie nur zweite in der thronfolge war was letztendlich den pfalzrahm sarivar konflikt entfachte und es war auch er war es auch der den dammbau vorantrieb wodurch der samen für den aufstand in lord lake gelegt wurde lord barrows ließ auch die morgenrotruhne verschwinden und verbündete sich mit dem königreich neuarmes zwar ging es ihm darum den frieden zu bewahren indem er den aufstieg der radikalen gottwins verhinderte aber ein mann der zur erreichung dieses zieles verlehner verkauft hätte ist eine schande für unser land jetzt gerade bin ich echt froh dass ich diese ausgabe erst heute vorgelesen habe weil ich zufällig das buch über diese pfalzra sariva oder wie die hießen problematik dann auch noch vorlesen durfte gotwins bereiten limpsleas krönung vor wie aus zuverlässigen quellen zu erfahren war treibt die gottwin fraktion die vorbereitung für die krönung von prinzessin limpslea voran damit die zeremonie stattfinden kann sobald die trauerzeit für die verstorbene königin aarstaat vorbei ist nach einer reihe unrühmlicher niederlagen der gotwins gegen seine königliche hoheit scheint es wahrscheinlich dass sie versuchen werden den prinzen politisch ins abseits zu drängen falls sie ihn militärisch nicht besiegen können ich bitte sie da erübrigt sich doch jeder kommentar so ein sprecher der lord pan will rico armee obwohl die truppen des prinzen gleichgültigkeit zur schau tragen besteht doch kaum ein zweifel dass im verborgenen pläne geschmiedet werden wie diese krönung verhindert werden kann laut einer inoffiziellen umfrage der morgenpost haben die gotwins nur wenig rückhalt in der einfachen bevölkerung die gotwins haben uns schon eine königin genommen so ein städter der anonym bleiben möchte wollen sie denn den thron durch einsetzen ihrer eigenen marionetten herrscherin weiter besudeln leider hat es doch nicht geklappt gotwin krönung staatsakt der termin der kühe der prinzip der termin von prinzessin limps laias krönung rückt näher und es war zu vernehmen dass vertreter aller umliegenden länder eingeladen wurden zweifellos soll die anwesenheit von internationalen delegierten bei der zeremonie dazu dienen die rechtmäßigkeit des fragwürdigen regimes zu untermauern eingeladen sind unter anderem die föderation der inselnation das königreich neuarmes das scharlach mond reich und das herzogtum gaien für empörung sorgte dass sogar nagare eingeladen wurde seit der invasion in phalena vor langer zeit gab es keine diplomatischen beziehungen mehr zu dieser gewalttätigen theokratie obwohl gerüchte über die rechtmäßigkeit der krönung sicherlich überall in umlauf sind wird keines der geladenen länder aufsehen erregen wollen indem es die einladung ausschlägt wie zu vernehmen war wird damit gerechnet dass alle geladenen länder die form waren und vertreter zur zeremonie entsenden porträt der gegner giselle godwin diese folge befasst sich mit giselle godwin es wird erwartet dass giselle die position des kommandanten der ritter der königin übernehmen wird sobald die krönungszeremonie abgehalten wurde sein vater lord godwin ist ein mann der im rampenlicht steht wohingegen giselle im verborgenen bleibt eingeweihte sind jedoch der meinung dass giselle die eigentliche gefahr darstellt es gibt gute gründe anzunehmen dass er der kopf hinter schilderichs sieg bei den heiligen spielen war während lord godwin dafür bekannt ist dass dieser nur notwendige maßnahmen ergreift gilt für giselle das gegenteil er liebt es fallstrecke auszulegen und dann zuzuschauen wie sein opfer sich windet man kann nur spekulieren welch teuflischen pläne er als kommandant der ritter der königin noch ausbrüten wird und dann haben wir noch die letzte ausgabe krönungszeremonie im sonnenpalast die godwins gaben bekannt dass prinzessin limslea gestern im sonnenpalast gekrönt und die intronisierung mit einem prachtvollen fest begangen wurde weiterhin forderten sie den prinzen auf königin limslea treue zu schwören und die rebellion sofort zu beenden um die einheit falenas wieder herzustellen wir verhandeln nicht mit einem korrupten und despotischen besatzungsregime so ein sprecher des prinzen wir fordern weiterhin die sofortige beendigung des rechtswidrigen arrestes von prinzessin limslea und das ende der besetzung des sonnenpalasts das ist klare ansage treffen mit vertretern der inselnation mehr als zehn tage vor der krönung von limslea fand auf nirva ein geheimes treffen zwischen dem prinzen und dem vertreter der föderation der inselnation admiral skald egan statt dem prinzen gelang es eine allianz mit dem admiral zu vereinbaren der von nun an ein wichtiger verbündeter sein wird die morgenpost wurde zwar vorab über dieses treffen informiert doch im interesse der sicherheit seiner königlichen hoheit und von admiral egan wurde beschlossen die nachricht erst zu veröffentlichen wenn das wohl beider parteien sichergestellt ist rand notizen die morgenpost leitartikel auch wenn die gott fritt gott fritt ja die fraktion die thron besteigung von prinzessin limslea verkündet und sie zur neuen königin von falena ausgerufen hat unterstützt die morgenpost weiterhin die haltung des prinzen der diese krönung als unzulässig rechtswidrig und zumindest und somit unwirksam bezeichnete wir achten und verehren ihre königliche hoheit die prinzessin aber die marionettenkönigin eines besatzungsregimes werden wir nicht anerkennen daher wird die morgenpost freadur weiterhin seine königliche hoheit der prinz und dem slayer ihre königliche hoheit die prinzessin nennen wir hoffen in dieser angelegenheit auf das verständnis und die unterstützung unserer geschätzten leser hinweis aufgrund von platzmangel muss die sonderserie in dieser ausgabe leider entfallen und somit entfällt auch der rest dieser folge deswegen bedanke mich fürs zuhören und so weiter wir sehen uns in der nächsten folge dann hoffentlich wieder bis dann euer berndi und wenn ich den weg heraus wieder finden